Ich war mal mit Anke auseinander. Du warst mal mit Anke Engelke zusammen? Erstmal so. Dann waren wir auseinander. Dann gucke ich, dann mache ich das Fernsehen an, läuft, fängt gerade, wer denn das an? Kommt die Alte raus. Und er so, und bist du noch mit dem Verrückten zusammen? Aber du hast Slipknot kennengelernt. Das erste Interview in Europa. Ever, wann mit dir? Fühlst du Teamfüße auch? Nein. Ich habe sie ja in einem Park begraben, was schwer verboten ist. Und so nachts hin, mit einer Schaufel besorgt im Baumarkt. Wir verraten jetzt nicht, in welchem Park? Nein. Aber die ist wahrscheinlich verwest mittlerweile. In so eine Decke gewickelt. Und dann habe ich sie ein paar Tage gespielt. Na, haben wir sie nachts so bei, das war richtig traurig auch so. Und dann ein paar Tage gespielt, dann bin ich wieder hin. Und dann war die halb ausgebuddelt. What? Wir sind gediegen geworden. Früher haben wir uns zum Saufen verabredet. Jetzt treffen wir uns gemütlich auf dem Sonntag zum Podcast. Wir sind sie. Ich habe noch nie getrunken. Ich verbitte mir diese Unterstellungen. Haben Sie denn was da? Ich habe... Ich könnte ja anfangen. Ich habe in der Tat kein Alkohol mehr im Haus. Nee. Alles getrunken? Nee, aber ich habe auch gar kein Problem damit, den zu sehen. Also das macht mir echt nichts aus. Alkohol zu sehen, hinter einer Glasschleibe abgeschlossen. Ich kann das gar nicht sehen. Wir sind... Dann geht das sofort los. Haben wir uns das eigentlich schon vorgestellt? Das ist der Moritz. Wir haben uns das noch gar nicht vorgestellt, genau. Für die Leute, die mich nicht kennen in diesem Podcast. Mein Name ist Moritz Hohle und bei mir zu Gast ist heute Nils Ruf, Podcaster, Late-Night-Host, Comedian. Willst du dich selber in eine Schublade stecken? Ja. God's gift to women. And man. Wollen dann niemanden ausschließen, oder? Doch. Doch, das wollen wir. Okay. Das steht ja jedem frei. Ist ja heutzutage fast schon homophob, wenn man sagt, man möchte nichts von Männern. Ich bin absolut homophob. Okay. Ich habe Angst, dass es mir... Stell dir vor, es würde mir gefallen. Mein ganzes Hetero-Dasein, auf dem ja meine Persönlichkeit ja auch basiert, wäre dann dahin. Das ist ja die Angst der Männer, glaube ich. Ich hatte so einen Vorschlag. Ich glaube, viele Männer wissen es nicht, weil als Mann, wenn du es ausprobierst, hast du sofort das Label schwul. Du bist schwul. Aber man sollte es ja mal irgendwie vorurteilsfrei ausprobieren dürfen. Wie wäre es, wenn es Dixember gibt? Im Dixember kann man... Dixember! Weißt du, so ist es so... Direkt nach No-Not-November... No-Not-November... Kommt Dixember... Dixember... Und in Dixember ist... Bist du nicht schwul, wenn du das mal ausprobierst? Wir haben ja... I'm warming up to you. Das geht aber schnell hier. Noch eine Woche... Wenn du jetzt was machst, bist du schwul. Du musst nur sieben Tage warten, dann ist Dixember... Ja, aber wir könnten schon was machen, ohne zu kommen, wegen No-Not-November. Wir etchen uns jetzt bis in den Dixember-Actions. Wir etchen uns bis zum Fickolaus. Aber das ist doch so bei Frauen, ne? Frauen erzählen ja so Geschichten, du redest darüber, bist du bi, hattest du mal was mit einer Frau? Ach ja, einmal war ich mit Sandy irgendwie auf Zelten und dann haben wir Twister gespielt und dann hat sie so meinen Busen berührt und ich ihre Muschi und dann haben wir eben rumgemacht, gekichert und das ganze Wochenende haben wir es getrieben, war schön. Und jetzt sind wir noch bessere Freundin. Männer sagen ja nicht, ich bin mit Moritz angeln gegangen. Wir waren angeln und dann haben wir uns ein bisschen Schwänze gelutscht. Ja, und dann werf ich so meine Angel und dann hat die sich bei ihm in den Haaren gefangen und ich so, guck, ich mach dir die mal raus und dann zieht er mich ran, küsst mich. War echt ein super Wochenende, wenn es sich ergibt, ne? Also das machen Männer halt nicht. Und danach haben wir uns wieder angeschwiegen und nebeneinander gesessen. Hast du noch einen Wurm? Mein Köder ist leer. Kann ich nochmal deinen Wurm? Aber ich finde, Dixember wäre sowas. Das ist eine sehr schöne Idee. Das ist eine schöne Idee, ne? Weil natürlich kann man in Darkroom gehen, vielleicht in KitKat oder Berghain sich mal auszuprobieren, aber man möchte vielleicht nicht direkt mit ungeschütztem Analverkehr starten. Vielleicht mal ein bisschen… Oh shit, möchte man nicht? Weil… Ah, that ship has sailed. Und danach machen wir Janu-Mary. Lutsch meinen Schwanz Januar. Janu-Mary, Kiffen? Mary? Ah, okay. Marihuana. Fabru? Celery? Ebruary. 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 Ebru? Ebru ist ein türkischer Name. Ebru. Achso. Ja. Let's not do that. Okay. Aber es gibt ja noch… Nigruary? Ebruary, dass man… Wie heißen die immer bei Pornos? Ebony. Ebony. Ebenholz. Febrony. Dass wir die Monate jetzt mal so durchgehen, dachte ich. Ja. Es gibt ja Sober Oktober, gibt es ja schon. Wir sind jetzt beim März. Wir sind beim März. March. Im Arsch. March. Im Arsch. Im Arsch. We celebrate the Anal History Month. Das wäre dann Anal. April. Anal April. Anal April. Was haben wir noch? Mai? May? May or may not? Maybe yes, maybe no. Gay. Gay. Gay May. Gay May. Weißt du, du bist nicht gay, sondern es ist halt Gay May. Das ist Gay May. Dann hast du so ein bisschen… Darf man auch wieder… Das ist dann der nächste Schritt. Wenn der Dick Samber gefallen hat, ist das… Dann freu dich auf den Gay May. Das ist doch geil, Bier. Eigentlich, weil die Frage ist, stell dich doch mal kurz vor. Schnitt Gay May. Wir landen im Dick Samber. Hast du die Haare anders? Als wann? Weiß ich. Irgendwie. Auf jeden Fall sehen sie gut aus. Ja? Danke. Ich bin auch ein bisschen grauer geworden. Vielleicht ganz kurz zu unserer Kennenlern-Geschichte. Wir hatten ja… We were on a break. Bring mal ein bisschen Struktur hier rein. We were on a break for… Also wir kennen uns so… Fange ich mal vorne an. Wir kennen uns so seit zehn Jahren. Endlich fängst du mal vorne an. Ich fange vorne an. Du bist ja so Typ, zwei Drinks und dann fängst du hinten an, ne? Ich fange direkt hinten an. Heute fangen wir vorne an. Wir kennen uns so seit zehn Jahren. Würde ich tippen. Und damals… Das fühlt sich an wie 20. Das fühlt sich an wie 20. Wir waren damals Nachbarn. Ja, du hattest ein Startup. Ich hatte ein Startup. Unter meinem Man-Cave. Unter deinem Man-Cave, wo du… Du hast wilde Partys gefeiert und ich habe unten Kinder mit Panda-Bären abgezockt. Das war nicht viel anders als bei mir oben. Ja. Du hattest alles schon digital. Bei mir war es noch anal. Und ich hatte damals noch mein Box-Bike, mein, wie heißt das, Lastenfahrrad. Ja, ich bin immer mit meinem 911er aus der Tiefgarage gefahren und der hatte kein, das hieß Kapprohr, aber in Wirklichkeit fehlte dem einfach der Mittelschalldämpfer. Der klang dann so… Und alle haben mich gehasst im Prenzlauer Berg. War das deiner? Ja. Ah, okay. Ah. Und dann bin ich damit rausgefahren und kommst du mit dem Lastenfahrrad entgegen. Wo steht er jetzt beim Finanzamt auf dem Parkplatz? Wo steht er jetzt? Hör mal bitte, erst immer diese Schwulenunterstellung, dann das mit dem Gesaufe oder umgekehrt und jetzt dann sowas. Aber ja, du hast recht. Aber das war… Nee, ich habe den einfach irgendwann, ich bin so klimaconscience geworden und habe gesagt, ich trenne mich davon. Ja. Aber das war ein bisschen Kontrastprogramm, genau. Du hast wilde Partys gefeiert und ich kam mit dem Lastenfahrrad, habe gerade die Kinder in die Kita gebracht. Da waren vor allen Dingen so zwei Kinder drin, die ja auch so divers waren. Diverse Kinder, ja. Da waren diverse Kinder drin. Ich wusste nicht genau, irgendwie willst du auf meine Party kommen oder hat er seine eigene Party laufen oder ist das seine? Weil sie sahen die nicht ähnlich. Sehen wir… Ah, bis heute… Ja, nee, nicht so ähnlich. Das ist richtig. Genau. Meine Ex-Bau ist indischer Herkunft, ja. Ist das ein Problem, wenn man dann mit so zwei Kindern, die einem gar nicht ähnlich sind, durch die Gegend läuft, dass Leute dann mal die Polizei rufen? Oder… Ich hatte einmal, ich war einmal in Thailand mit den Kindern alleine und da haben die Leute manchmal schon komisch geguckt, okay, was macht der Mann mit den jungen Kindern. Aber ansonsten ist ja schon ein bekanntes Konzept, also jetzt in Berlin, dass die Kinder vielleicht nicht so aussehen wie einer. Okay. Ja. Nee, ansonsten kein Problem. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Du hattest die wilde Zeit, ich habe ein Start-up gemacht. Ja. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und dann haben wir uns… Du hattest ja eine Partnerin bei deinem Start-up, die jetzt so… Verena. Wie heißt sie immer? Verena. Pauster. Pauster. Und Verena Pauster hat es Faustdick hinter den Ohren, ne? Du hast sie mal gedatet, oder? Nee. Nee, wir hatten tatsächlich, unten war ja eine Bar, das Tom's Sky Bar. Stimmt. Gibt es die immer noch? Ich glaube, das ist einer der letzten so Kiez… Die wäre fast geschlossen worden, aber die haben da irgendwie so einen Aufruf gestartet und hier Finance Me oder wie das so. Haben sich ein paar Alkoholiker gefunden. Haben sich genug Alkoholiker gefunden, trotz unseres Wegzugs. Ja. Und da habe ich mich mit Verena getroffen. Mhm. Und wir haben ganz kurz geknutscht. Mhm. Und nach dem Knutschen, das war sehr lustig, hat sie gesagt, super average. Und dann habe ich so, wow, gelacht und auch halb geheult. Und dann meinte sie, sie war mal auf einer Hochzeit und da war nur sie als Single. Und dann noch so ein Typ. Und sie hat mit dem Typen geknutschen, der hat das danach gesagt zu ihr. Und jetzt sagt sie das immer. Und seitdem sage ich das auch immer, wenn ich Frauen das erste Mal küsse. Das hat zehn Jahre lang jetzt überlebt, aber ist auch ein Superspruch. Ja, ist ein Superspruch. Super average. Super average. Das ist eh so ein geiles Wort, super und average zusammen. Super average. Und sie ist ja mittlerweile so eine super woke Privatfamilienministerin. Sie ist auf jeden Fall im, guck mal, dass du aus dem Bild nicht rausrutscht. Oh, dann komm ich wieder näher ran. Kommst du wieder ein bisschen näher dran, das ist bald Dick Sember. Interessant. Komm schon mal ran, ist bald Dick Sember. Komm schon mal bei. Ich wollte, ich war mit Verena auch verabredet im Januar, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Diese Einladung hat sie dann jetzt doch wieder zurückgezogen, weil sie gesagt hat, vielleicht hat sie sich ein paar Videos aus dem Podcast angeschaut und dann gesagt, so das passt vielleicht doch nicht zu meiner Brand Identity. Ja, ja, die ist ja so Frauen 100. Startup-Verband. Im Grunde ist ihr Thema Frauen gegen Männer. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich folge ihr nicht und konsumiere auch nicht die Sachen. Ich glaube, sie, so Digitalisierung, ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann Bundeskanzlerin werden will. Ja, das ist alles so rundgelutschter Kram. Und ich habe die kennengelernt, die ist ja super schlau und kann auch edgy sein. Und was sie da so erzählt. Und selbst Charming auch. Ist ja alles so ganz, aber sie hat einen tollen Typen, der ja wirklich. Philipp, Philipp Pauster. Man kennt ja das Konzept, erfolgreiche Start-Upper, die so toll aussehen, daten sehr hübsche Frauen. Und dass sie das so auf den Kopf gestellt hat. Ihr Mann ist wirklich ein sehr attraktiver, gut aussehender, zwei Meter Hühne. Der ist attraktiv für beide und das reicht ja dann auch. Also wenn du die beiden zusammen nimmst in einen Topf und dann durch zwei teilst, sind beide Hälften sehr attraktiv. Ich lasse mich dazu keinem Urteil. Komm, jetzt lass dich doch mal ein bisschen aufs Glatteis. Kein Urteil hinreißen. Ich habe rein geschäftlich mit ihr. Du warst mit ihr. Du hast mit ihr Millionen geschäftelt. Ich war einfach nur ihr Fuck-Buddy, ne? Ja, aber dazu ist… Nee, Fuck-Buddy war ich gar nicht. Wir haben einmal geknutscht. Einmal geknutscht. Knutsch. Das wird ja wohl noch… Erlaubt sein. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Dass ich mal meine Nachbarin da unten auch mal ein bisschen anknutsche. Genau. Genau. Wir nie. Das war immer die… Manchmal war man verabredet, dann kam Paula, dein Hund damals. Ja. Das war so die Vorhut. So Stunden vorher schon in unserem Büro. Nils kommt in zwei Stunden. Paula ist da. Das ist so ein kleiner, so ein Terrier-Mischling war das. Terrier-Mischling, ja. Paula war süß. Wir hatten ein Riesen-Büro und das hat sich natürlich geliebt, darum zu laufen. Ja, Paula war auch oft, wenn du mich besucht hast hier vor drei Jahren, war Paula immer manchmal schon eine halbe Stunde vorher da und du liefst da unten im Hof noch rum und rufst, Paula, Paula, wo bist du? Paula war schon hier oben. Wie du mich darstellst, als schwulen, versoffenen Trottel. Hundeliebhaber. Nee, Paula hatte einfach einen eigenen Kopf. Leider verstorben, aber sehr alt geworden, ne? Ja, die war schon zweieinhalb. Zweieinhalb. Sechzein, die war sechzein. Sechzein Jahre alt. Aber überlegst du dir nochmal einen Hund zuzulegen? Nee. Ist schon auch viel Verantwortung, ne? Ich würde jetzt eine Katze. Ja. Aber allein steht der Mann in meinem Alter mit Katze, ne? Weiß ich auch nicht genau. Ich habe sie ja in einem Park begraben, was schwer verboten ist. Mhm. Und so nachts hin, mit einer Schaufel besorgt im Baumarkt. Wir verraten jetzt nicht, in welchem Park? Nein. Aber die ist wahrscheinlich verwest mittlerweile. In so eine Decke gewickelt. Und dann habe ich sie ein paar Tage spät. Na, haben wir sie nachts so bei, das war richtig traurig auch so. Und dann ein paar Tage spät, dann bin ich wieder hin. Und dann war die halb ausgebuddelt. What? Weil da nachts Wildschweine und Füchse und so kommen. Ach so. Wie riechen das? Also habe ich sie tiefer gelegt. Und dann wieder hin, wieder halb ausgebuddelt. Dann habe ich eine Steinplatte geklaut, die Restaurants zu benutzen, um ihre Sonnenschirme drauf zu beschweren. Habe ich eine mit. Die haben vier Stück pro Sonnenschirm, eine weniger. Come on. Habe ich also eine genommen, oben drauf gelegt und so weiter. Dann war bis zu dieser Platte immer gebuddelt. Dann habe ich 50 Kilo Steine gekauft im Baumarkt, drauf gemacht. Dann habe ich noch eine Steinplatte gekauft, diesmal im Baumarkt. noch mal 100 Kilo Muttererle drauf. Jetzt ist sie tatsächlich, also sie ist ein Terrier, ne? They refuse to die. They refuse to die. 16 Jahre alt. 16 Jahre ist sie alt geworden. Sie ist auch öfters weggelaufen, ne? Oder musstest du immer noch mal auslösen, ne? Als sie alt war, hat sie sich ab und zu verlaufen. Aber die konnte nicht mehr so gut sehen, ne? Nicht mehr hören, nicht mehr sehen. Aber noch sehr gut laufen und zwar weg. Zack, immer weg. Ja, aber schon süß. Nein, ich will schon irgendwann mal wieder einen Hund. Aber, ähm, ich habe mir die damals ja auch mit einer Freundin gekauft. Und dann ist die Freundin nach vorne weg. Die Freundin ist weg, der Hund ist geblieben. Ja, so wie immer, ne? Bitch ist noch da. Ja. Eine Bitch ist weg, eine ist da. Bitch heißt Hündin auf Englisch, auf Deutsch. Nur, dass ihr den Witz versteht. Meinen Zuschauern muss ich sowas nicht erklären, aber ich bin ja hier bei dir zu Gast. Und, ähm, wie ist es mit dir mit dem Haustier? Oder reichen dir die Kinder? Ne, 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 die Kinder reichen. Ja. Ich bin auch, ich bin auch nicht so ein, ich glaube mal, ich würde zum Hundemensch werden, wenn ich dann einen Hund habe. Aber wenn ich mal auf so ein, ich bin jetzt auch nicht einer, der auf Hunde zugeht und sagt, oh, da wird. Und manchmal, wenn ich dann auf einen Hund aufpassen muss, bin ich immer, ich weiß ja nicht, worüber wir reden sollen. Dann guckt er mich an, als ob der irgendwas will. Und ich bin so, ja. Dann zieht er dich beim Scrabble ab, dann schlägt er dich beim Schach. Ganz genau, beim Tischtennis spielen. Ne, ich bin nicht so ein Hundemensch und ich liebe halt auch, ähm, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ja. Und Kinder schränken einen da schon ein. Ich finde aber manchmal, dass Hunde noch mehr einschränken. Ich merke manchmal, weil Leute, die Hunde haben, dann müssen die irgendwie, wollen die in Urlaub und dann müssen die eine Unterkunft finden oder einen Freund, der aufpasst. Oder am Wochenende, wenn die mal weggehen wollen. Ist schon noch viel. Ja, Paula war ein toller Hund, hat super gehört und so weiter, aber man konnte die nicht gut allein lassen. Hatte die das ganze Haus zusammen gebellt. Und dann habe ich sie ab und zu ins Badezimmer gesperrt. Man hat dich ja eigentlich auch nie ohne Paula gesehen. Ich habe dich meistens mitgenommen, ja. Ich musste letztens noch an dich denken, als der Hund von Oliver Pollack verstorben ist. Ist er auch tot, ja. Der Arthur ist verstorben und wurde viel gepostet auf Instagram. Der wohnt ja auch in der alten Schönhauser Allee, alte Schönhauser Straße. Und da habe ich ihn ab und zu gesehen mit dem kleinen Hund. Der Arthur, das war auch eine innige Beziehung. Mit dem, der sich ja gezerrt hat. Ja. Oliver sehe ich manchmal auf den Bühnen, sehr selten. Ich habe gehört, dass er gar nicht mitbekommen hat, dass der Hund tot ist, bis er ihn dann beim Duschen in der Bauchfalte gefunden hat. Obwohl Oliver hat einen sehr strammen Bauch nach vorne. Oder weißt du mehr als ich. Wenig Falten. Obwohl er lässt sich ja häufiger auch mal nackt ablichten. Ja, du hast, ich verrate auf mich nicht zu viel, du hast ja auch ein Bild von ihm in seinem Portemonnaie. Genau. Und für Dezember hast du da schon eine kleine Verabredung, oder? Eine kleine Verabredung, ja. So klein ist die gar nicht, ne? Von meiner Seite nicht, Mann. Ich hoffe, dass du das Abendessen nicht bezahlen musst. Teurer Spaß. Ein toller State. Aber ich musste ja auch, genau, wir haben uns letztens wieder getroffen. Wir hatten zur Corona-Zeit mehr miteinander zu tun. Ich würde sagen, wir waren so die Corona-Relationship. Wir hatten eine Corona-Bromance, ne? Eine Corona-Bromance. Wir hatten dann zwei Jahre, fast zwei Jahre Sendepause, ne? Aus welchen Gründen, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ein bisschen On-Off-Beziehung. Und wir haben uns jetzt letztens... Wir haben uns um eine Frau ein bisschen gestritten, ne? Ja, aber nicht so, wie man es jetzt denken würde. Nee, sexuell. Nicht sexuell. Und dann haben wir uns jetzt wieder gesehen letztens. Ja. Im Süß war gestern, stand es so vor, wie so eine Ex, die man wieder sieht. Und da habe ich gedacht, da gehst du mal hin, Nils. Ja, ich war bei Nina Queer, die da so ein Glamour-Quiz macht. So ein Glamour-Quiz, ja. Und in Berlin gibt es ja immer, die Comedy-Clubs schließen ja wie Pilze aus den Scheiden. Ja. Und da bist du auf einmal aufgetaucht und da war noch so eine Backdoor in dem Laden drin, war noch so ein kleiner, geheimer Comedy-Club, in dem du einen Auftritt hattest. Da hatte ich einen Auftritt, genau. Da sind fast jeden Abend Comedy-Shows, da war ich, wenn ich rumtingel durch die Rechte. Da meintest du zu mir, komm, ich schau dir doch mal eine Show an. Ja. Da habe ich mir die angeguckt, das war so ein Multiset, so ein bunter Abend mit mehreren Comedy-Club. So ein kleines Sets machen. Und dann bin ich da hin und dann kommst du auf die Bühne und hast von deinen homosexuellen Erfahrungen erzählt. Als Kind, genau, als Kind, ja. Und du hast dich da geoutet und ich war so, okay, schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Comedy, hättest du das mal vorher gewusst, ne? Ja, ich war auch so, scheiße. Ja, aber das war eine gute Show. Du bist danach dann auch gegangen. Ja. Danach von dem Grusel warst du nicht so. Was hast du nochmal für eine Story erzählt? Du hast erzählt, so wie nur mit elf? Zwölf oder so. Naja, wie. Mit einem anderen Typen irgendwie? Habt ihr euch gegenseitig eingeblasen? Ja, das habe ich im Set jetzt abgeändert. Das erzähle ich jetzt nicht mehr so genau. Das drückt immer so ein bisschen die Stimmung. Und dann hast du weitererzählt und hast gemeint, ja, du fragst dich, ob Sexualität vielleicht wie so ein Kreis ist und es kommt im Leben wieder und man steht wieder auf die gleichen Sachen wie früher. Wenn man älter wird dann, ja. Ja, wenn man älter wird, also elfjährigen einzublasen. Ja, genau. Und das verdachte ich, das drückt vielleicht auch ein bisschen die Stimmung, weil das war so ein krasser Pädowitz. Ja, aber mittlerweile, du wirst es ja heute Abend vielleicht nochmal sehen, ist die Geschichte ein bisschen besser ausgearbeitet und funktioniert auch besser, ja. Das machst du ja nach amerikanischem Vorbild, ne, dass du deine Storys schleifst über Auftritte, ne? Man hat so eine rohe Idee und dann musst du die Sachen raushauen und dann siehst du, oh, da wird die Stimmung ein bisschen gedrückt, die Wörter muss ich ein bisschen anpassen, das muss ich anders erklären. Die Punchline muss ich da bringen und dann formt sich so ein Bit über 10, 20, 30 Auftritte. Bis es irgendwann funktioniert oder auch nie. Kann auch was sein. Du hast ja im Lockdown erzählt, du würdest gerne Stan-Comedy werden, also vom... Ach, hab ich das damals schon erzählt? Ah, okay. Ja, ja, da hast du davon so geträumt und wir haben beide da eigentlich davon, ne? Ist ja auch ein Gedanke, den ich habe. Aber du hast das unheimlich, ähm, generalstabsmäßig aufgezogen, muss ich sagen, ne? Also du hast jetzt mehrere Auftritte am Abend, ne? Mehrfach die Woche, oder? Ja. Ja, ja, also so pro Woche so 10 bis 15. Das ist wirklich viel. Das ist viel. Es ist auch eine kleine, ich fühle mich auch gut, ich freue mich da mittlerweile auch drauf, wie ich früher gedacht habe, also auch mal einen Partyabend machen, sage ich jetzt, ich freue mich richtig drauf, auf die Bühne zu gehen und Sachen auszuprobieren. Und bist wahrscheinlich richtig comfortable auf der Bühne, ne? Mittlerweile, yes. Aber das dauert, hat auch echt ein gutes Jahr bis anderthalb Jahre gedauert. Und dass ich jetzt auch nicht mehr aufgeregt bin, dass ich einfach sage, so, hey, jetzt mal mein Space, wo ich mich wohlfühle, ja? Ja, finde ich total spannend, weil ich mittlerweile Shows nur noch in Studios mache, oder, ne? Wenn ihr mal, ne? So, auch das, was ich im Lockdown gemacht habe, so um Corona, wo du ja übrigens der allererste Gast warst. Ich war der allererste Gast. Du warst der erste Gast. Und ich bin das Publikum nicht mehr gewohnt. Entschuldigung, die Folge ist ja auch übrigens online, könnt ihr euch angucken. Die gibt's online, ja. Die verlinken wir hier drunter, oder? Machen wir. In den Shownotes. Genau. Und da war's, da waren wir beide ein bisschen angeheitert. Angeheitert waren auf jeden Fall. Ich finde, guckt euch das Video an, ich finde, man sieht es nicht so sehr. Ich finde, du hast dich da super geschlagen. Sehr gut. Also wirklich, das gab auch, und hat mittlerweile auch, die ersten Shows hatten nicht ganz so viel Klicks, aber das hat die 10K gerissen. Die 10K, wo ich mittlerweile weiß, bei YouTube sind 10K ja wie 10 Millionen bei TikTok. Ist so, ist so. Wo waren wir? Genau, ich bin das Publikum gar nicht mehr so gewohnt. Und ich hätte auch Bock, ein bisschen Stand-up zu machen. Aber wäre natürlich, mir stehen dann die ersten 20 Auftritte bevor, bei denen ich natürlich irgendwie... Es wird erstmal scheiße, ja. Ja, da bin ich mir echt in die Hose. Das Ding ist ja, man, es ist halt schon was anderes, man denkt, man ist ein lustiger Typ und ich kann einfach mal auf die Bühne, ich hab so ein paar Ideen und dann wirst du merken, das wird anfangs erstmal nicht so funktionieren. Wird ein bisschen bomben. Wird ein bisschen bomben, ja. Ja, es ist nicht so, dass ich es noch nie gemacht habe. Du hast bei deiner Late-Night-Show auch immer einen Stand-up-Teil gehabt? Genau, ja, ja. Einen klassischen, genau, wie Harald Schmidt früher. Ja, ja, genau. Aber natürlich, Harald Schmidt hatte natürlich so eine Stand-upper-Karriere hinter sich und ich nicht. Hat der richtig Stand-up gemacht? Echt? Na, Kabarett war das ja, ne? Ah, stimmt, das ist so Scheibenwischer und so Sachen, ne? Der hatte so Programme halt, ne? Schmidt-Gift, halt nicht, aber lindert und sowas hieß das. War schon lustiger. War das noch vor Schmidt einander, oder? Ja. Ah, okay. Der war ein Kabarettist. Vor Feuerstein noch. Ja, und... Und da hast du auch dann Stand-up bei deiner Late... Wie lange ist das auch schon 20 Jahre her? Das ist nicht 20 Jahre her, du Arschloch. Nicht? Nein. 19. Wie lange ist das her? 2009, glaube ich, war die letzte. Ach, okay. Ach, gar nicht so. Ja, gar nicht so. Also, viel weniger. 14 Jahre. 14 Jahre. Aber da hast du Stand-up auch gemacht. Und wie viele Leute waren im Publikum dann immer? In einem Studio? 300. Ach, das ist viel. Also, okay. Wenn ich so die Bühnen, auf denen ich unterwegs bin, ist das, finde ich... 300 ist schon ordentlich. Schon gut. Ich habe auch irgendwann so ein Syndrom bekommen. Die Show, es war schon stressig drumherum. Ich war ja auch Geschäftsführer. Ich war von der Produktionsfirma. Wir haben auch andere Shows produziert. Und weißt du, wie es ist mit Anfang 30? Man denkt, man kriegt alles hin. Und irgendwann habe ich so eine Angst entwickelt vor dem Publikum. Das war einfach mal nicht raus. Da war eine Liveband. Dann habe ich immer Ramones gesungen. Publikum singt mit. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so Herzrasen kriege. Wie so eine Panikattacke? Ja, so eine Panikattacke. Dann musste ich aber da raus. Und dann musste ich irgendwann mein Stand-up vom Prompt da ablesen, weil ich das sonst nicht gekonnt hätte. Und habe dann immer schon drüber geguckt. Und nach dem Stand-up spielt die Band. Du gehst zu deinem Schreibtisch und dann kommt der sogenannte Sit-Down. Dann machst du nochmal ein Stand-up hinterm Schreibtisch. Das ist so ein klassisches Late-Night-Ding. Ich wollte immer diesen Schreibtisch zwischen mir und dem Publikum haben. Das wollte ich gerade fragen. Wie so eine Sicherheit dazwischen. Ja, ja, genau. Und das war irgendwie wirklich anstrengend. Ich habe dann schon überlegt, ob ich mir Beta-Blocker besorge, die dafür sorgen, dass dein Herz nicht so rast. Weil sobald du wahrnimmst, dass dein Herz rast, wirst du noch aufgeregter. Und noch ... Dann wirst du so ein selbstvergiftendes System. Das war nochmal interessant. Wir wissen ja seit Chris Rock und Will Smith, dass diese Angst oder diese Sehnsucht nach dem Schreibtisch dazwischen gar nicht so unberechtigt ist. Also der ja auch auf der Bühne gestanden hat. Und Dave Chappelle wurde ja auch angegriffen. Also man ist schon als Stand-Upper, das ist schon auf eine Art und Weise ja schon auch körperlich schutzlos. Man steht da und ... Hast du davor Angst, dass mal einer aufsteht und dir einfach eine schallert? Die sind ja auch mal besoffen da im Publikum und so. Ja, als das aufkam, auch mit Pocher hat ja auch einer gekriegt, aber nicht auf der Bühne. Generell nicht. Ich glaube, wenn ich diese Angst die ganze Zeit hätte, würde mich das sehr hemmen. Manchmal kommt es schon einem in den Kopf, ja. Was ich dann immer denke, hoffentlich läuft die Kamera, weil der Shit geht viral. Stell dir mal vor, du kriegst eine geknallt und dann läuft noch nicht mal die Kamera. Wir können das ja mal faken. Geh dann auf, dann hast du so einen Fake-Zahn, den du ausspuckst? Nein, danke. Also wäre mir schon lieb, wenn dieser Safe-Space, den ich da habe, wenn der erhalten bleibt. Wahrscheinlich ist der für immer weg dann. Nicht für mich faken. Du wirst es faken. Du wirst es... Für dich, damit deine Karriere noch... Endlich mal... Nein, nicht noch mehr. Damit sie noch mehr... Läuft doch ganz gut. Du bist doch jetzt... Ich bin sehr... No Name. Ich bin sehr... No Name weiß ich nicht, aber ich... Das Wichtigste für mich ist, dass ich mich wirklich... Komm, Stefan. Kampfte Befühle. Die Leute kennen deinen Namen mittlerweile. Kampfte Befühle auf der Bühne und mich lustig finde und immer besser darin werde, Ideen, die ich habe, zu übersetzen und dass das funktioniert. Und wie läuft das ab? Also du bist im Auto, dir fällt was auf, dir fällt was ein, dann sprichst du das, machst du die Voice-App in deine Apple Watch auf? Ich mache eine Notiz in meinen Notizen, ein, zwei Wörter. Das muss ich auch sofort machen, weil... Ideen sind Flüchtlinge. Die sind sofort wieder weg. Ideen sind wie Flüchtlinge, ne? Oder auch nicht. Die hauen ja nicht mehr ab, ne? Die schreibe ich sofort auf und dann schreibe ich mir immer Zeiträume, dass ich entweder das Handy dann für eine Stunde wegschließe und mich hinsetze und schreibe. Wirklich auch wirklich alles andere weg und dann schreibe ich. Dann kommen Ideen. Oder teilweise auch, wenn ich beim Sport bin, dann wird diese Idee weitergeschrieben im Kopf. Also du schreibst nur zweimal im Jahr. Genau, wenn ich Sport mache. Aber ich werde immer besser darin, das gar nicht schreiben zu müssen, sondern... Machst du doch beim Essen, dann hast du viel mehr Ideen. Hast du viel mehr Material. Das stimmt. Ich gehe regelmäßig zum Sport. Beim Wichsen. Ist ja gerade No Nut November. Das heißt nicht, dass man nicht wichsen darf und darf nur nicht kommen. Nicht natten. Ach, recht. Du darfst schon wichsen, aber nur edgen. Jeremy Fragrance macht das, glaube ich, auch. Der hat gesagt, der ist so ein Edger. So um die Energie, um die Power. Ja, weil der Mann gibt ja. Du verströmst dich ja. Die Frau, kennst du ja? Nimmt. Die nimmt und reproduziert sich dann. Deswegen hält man zurück. Die saugt ja den Mann aus, Stück für Stück für Stück, bis sie so einen dicken Bauch hat, dass sie sich teilt. Ja. Zellteilung. Aber ich wollte noch mal kurz auf den Punkt zurückkommen. Das war als Verschwörungstheor. Auf den Punkt zurückkommen. Ist denn irgendwas geschehen? Also erst hast du dich comfortable geführt mit dem Publikum und irgendwann ist irgendwas passiert? Oder war das einfach, ist jetzt kein besonderes Ereignis geschehen, das du gesagt hast? Ich glaube, das war allgemein Stress, aber hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich wahrscheinlich, was meine emotionalen Inner Workings war, nicht komplett reflektiert war, sondern einfach das so wegge... Also Gefühle muss man unterdrücken, sonst stehen die einem im Weg oder so. So eine Oldschool-Männlichkeitsvariante da gefahren habe. Und ich habe auch nach der Late-Night-Show tatsächlich mich so ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigt. Und ja, dann auch so ein bisschen so eine Reflektions-Journey angefangen. Ist ja, also wie du es eben beschrieben hast, so eine Late-Night-Show, die zu produzieren. Du hast Angestellte, du hast einen Sender. Dann legen sie dir wahrscheinlich ständig die Quoten vor und fragen, was ist los. Was ja auch oft nicht erfreulich ist. Was oft. Kann ich mir vorstellen, dass das ein Up und Down ist. Und dann sollst du auch noch eigentlich künstlerisch tätig sein. Das ist ja eigentlich kein Umfeld, in dem man das gut kann. Ja, und machst etwas, von dem du ja auch Fan bist. Also ich war ein großer Harald-Schmidt-Fan, großer Letterman-Fan und so. Und dann machst du ja etwas, was dir wahnsinnig wichtig ist und versuchst, dem zu genügen. Und stellst dich da unter einem Druck. Während du gleichzeitig versuchst, so zu tun, dann stündest du nicht unter diesem Druck. Und das alles erzeugt dann halt, ich sage das jetzt auf Englisch, um nochmal Druck zu sagen, eine tierische Pressure. Unter der dann selbst so einen Mürberstein, wie ich, zerbröselt, wie ein alter Keks. Wie ein Basenkeks. Aber ist die Sendung dann, waren das die Quoten? Nee, es waren tatsächlich gar nicht die Quoten. Es war, Sat.1 war damals Pleite. Die wurden ja verkauft in so einem Hedgefonds. War das nicht, Kirch war da nicht eingestiegen, oder? Nee, Kirch war, das ist, der hat es immer gegründet, glaube ich sogar. Nee, das war der Typ, der die Dallas-Musik erfunden hat. Wie heißt der nochmal? Dieser Hedgefonds-Typ. Echt? Ist mittlerweile auch tot. Könnten wir jetzt googeln, wenn wir ein Handy hier hatten? Ich habe eins. Soll ich mal nachgucken? Genau. Hey Siri, wer hat die Dallas-Titelmusik erfunden? Dann kommen wir auf seinen Namen. Dallas, den. Du hast ja sogar schon das iPhone 15. Nee. 14? Ja. Ich habe mir kein, kein. Gerald Immel? Dann war es doch Denver Clan. Okay. Als eine Referenz, die keiner von meinem Publikum mehr versteht. Der Denver Clan ist wie Dallas. Doch, klar. Denver Clan, Team Song Composer. Das hätte mir die Oma gerne geguckt. Bill Conti? Nee, dann war es doch die Mini-Player-Show. Das war so ein Typ, der hat auf jeden Fall, ich glaube, eine von den beiden Titelmelodien soll der gemacht haben. Und der hatte so einen Hedgefonds, hat bis heute, glaube ich, halten die, halt doch Pemira. Pemira? Ja, ich glaube, Pemira war das. Dann irgendwann. Und der Trick ist auch, glaube ich, die kaufende Firma, zwingen die Firma dann ganz viel Schulden zu machen. Von den Schulden müssen sie ihre eigenen Kaufkosten wieder bezahlen und so weiter. Und deswegen dieses Heuschrecken-Bild. Das Heuschrecken-Bild. Genau. Das Heuschrecken-Bild, was ja Müntefering damals bedient hat, glaube ich. Ja. Was Heuschrecken sind, ja. Wie die Heuschrecken fallen her. Das ist Müntefering. Ich bin 16. Genau. Und dann waren die so ein bisschen pleite und haben auch uns wahnsinnig unpünktig bezahlt. Und wir wiederum waren gekauft worden von Senatorfilmen. Waren das die Florian, nee, 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 Eichinger, oder? Nee, nee, nee. Und Senatorfilm hatte einen Film, Senator wollte, das Besondere an Senatorfilmen ist, dass die Kinofilme produzieren, aber auch einen Verleih haben. Das heißt, wenn sie einen Film machen, kommt er auch in die Kinos. Und die wollten Fernsehproduktionsfirmen haben, um eben auch begleitende Sendungen zu haben, damit sie die ganze Kette kontrollieren. Die hätten also quasi einen Film machen können, ihn dann in die Kinos bringen und die Schauspieler und die Werbung quasi zum Beispiel in meiner Late-Night-Show bewerben. Die ganzen Sachen. Ah, okay. Eine Promo-Plattform. Eine Promo-Plattform, haben das ganze Ding so. Und haben die ganze Marketing-Kette, die ganze Verwertungskette sozusagen in einer Hand. Und die haben einen Film mitgemacht mit Quentin Tarantino damals, diesen Death Proof, glaube ich, heißt er. Der war aber ein Flop. Ich wollte gerade sagen, den kenne ich gar nicht. Das ist der einzige Tarantino-Film von dem, du das gehört hast. Nee, das ist, wo der Typ sich Frauen ins Auto einlädt. Er selbst hat auf seiner Seite, auf der Fahrerseite quasi so ein Cage. Und dann provoziert er quasi Unfälle und seine Beifahrerin stirbt, aber er nicht. Okay. Das war so sein King. Death Proof, okay. Ziemlich speziell. Und der war ein Flop. Ganz anders als die anderen Tarantino-Filme. Keine speziellen Kinks. Ja, Füße halt immer. Füße. Füße, Team-Füße auch? Nein. Nein. Aber ich erzähle kurz die Geschichte zu Ende. Senator hat, weil sich seit einst die Show gar nicht so richtig leisten konnte mehr, hat Senator eine sogenannte Gap-Finanzierung gemacht. Das, was sich seit einst nicht leisten konnte, hat Senator bezahlt. Konnte Senator dann aber nicht mehr, weil Death Proof von Tarantino ein Flop war. Also Tarantino ist schuldig. Tarantino ruined my television career. Und das war die einzige Show, die ich machen wollte. Ich habe parallel auch noch eine Sitcom gemacht für RTL, wo ich so ein Scheidungsanwalt war. Es war einfach alles ein bisschen viel. Und danach brauchte ich erstmal ein paar Jahre Ruhe. Du warst damals Anfang 30. Genau. Anfang Mitte 30. 33 sowas. Krass, du hast eigentlich so ähnlich wie bei mir. Ich hatte ja irgendwie auch immer dieses Startup-Ding gemacht und dann mit 33 Unternehmen verkauft, Millionär gewesen. Und das war eigentlich so der Peak von allem, was ich irgendwie mir gesetzt hatte als Ziel. Für dich war wahrscheinlich Late-Night-Show war eigentlich so das absolute Ziel, was du sehr früh in deinem Leben dann schon erreicht hattest. Ja, Corner-Büro, eigene Late-Night, eigene Sitcom, Millionär, Porsche fahren, irgendwie im Loft wohnen über so einem Startup-Freak mit dem Lastenfahren. Du hast eine geile Wohnung. Das war eine sehr schöne Wohnung. Ja. Danach so ein Influencer da eingezogen, den habe ich dann mal besucht. Also ich war nochmal in deiner Wohnung. Ich weiß, das hast du mir dann noch geschickt, weil du einfach so ein sensibler Typ bist. Hat dir das wehgetan ein bisschen? Nein. Ich bin ein Mann. Mir tut nichts weh. Gefühle sind schwul. No pain. I don't have feelings, cause feelings are gay. Das ist ein gutes Statement. Das ist doch auch so im Song. Show me your genitals. Show me. Ah, genau. Genitalia. Show me your genitals. Das sind so die YouTube-Trends von 2000, 2005. Ja, aber der Song ist immer noch gut. Es ist ein Klassik. Show me your genitalia. Genitalia. You're talking to me about stuff. Why? I can't put my penis in your college degree and I can't... Stimmt. Du hast den Song schon häufiger gesehen. You can't. Was mich noch interessiert. You're talking to me about stuff. Why? Das ist eine gute Line. Don't talk to me about anything. Was mich noch interessiert, du hast einige meiner Idole oder zumindest, was ich musikalisch so höre, getroffen. Du hast angefangen ja bei Viva 2. Du meinst Mola. Mola Adebesi. Und Heike Makac. Ja. Und Heike Quarktasch. Spokelswerk. Aber Slipknot. Für mich hat sich da letztes Jahr ein schöner Kreis gehört. Dieses Jahr, ich war mit meinem Sohn auf einem Slipknot-Konzert und es ist irgendwie cool zu sehen. Der hört Slipknot mittlerweile. Ich habe es damals gehört. I put my fingers into my eyes. Ich kann diese, das ist einer der Parts, die ich gut singen kann, Psychosocial. Ja? Psychosocial. And the rain would, and the rain would turn, and the rain would kill us all. We throw ourselves against the wall. No one else can see. The preservation of the mother in me. Psychosocial. Psychosocial. Sehr schön. Du hast ja, hast du mal Musik rausgebracht? Ich kann wirklich nur diesen Part gut sagen. Ich habe ein wenig musikalisches Verständnis. Ja, manchmal hat man so Lieder, die treffen genau die Tonlage. Ja, genau. Und das hole ich beim Karaoke raus, wo alle richtig Bock haben auf Psychosocials. Ja, richtig auf Slipknot. Auf der Weihnachtsfeier im Büro und die ganzen 25-jährigen Mädels. Und so, ja, lass Slipknot hören. Lass Slipknot hören. Nein, also, aber Frauen, die ohne Vater aufgewachsen sind, die machen ab und zu mal Slipknot an. Die mögen Slipknot. Die werden gern zu Slipknot gefingert. Sehr schön. Aber du hast Slipknot kennengelernt, ne? Das erste Interview in Europa. Ever. War mit dir. Ever. Und die hatten in UK schon jemanden angezündet, einen Moderator. Man musste also auf einiges gefasst sein. Du hast gesagt, du musst so, that's a job for me. That's a job for me. That's a job for Nils. Und die sind aufgetreten in so einer Kantine, glaube ich, in Köln. Und wir haben so einen Kindergeburtstag nachgestellt für den Dreh. Ich hatte damals immer irgendwie komische Ideen gehabt für die Drehs, weil oft haben auch andere Sendungen die aus von Viva, die interviewten. Ich wollte mich dann irgendwie abheben. Aber weil es Clowns sind? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wegen Masken oder so. Und dann hatten wir da so einen Nadelkalender hängen vom Playboy und Kuchen. Und ich habe dann quasi so Spielzeuge aufgebaut und so weiter. Und wir haben denen gesagt, die können ein bisschen was kaputt machen. Wann kamen die mit Masken an? Ja, die stehen da mit Masken. Der Clown hat mit dem Hammer immer so bei mir um den Kopf rumgefummelt. Und er hat einen Masken an. Und von Anfang an haben die angefangen, alles kaputt zu schlagen. Und zwar aber auch die Möbel. Und die Möbel waren halt so 300 Jahre alte Stühle. Das hatte denen irgendwie keiner gesagt, das ist alles bis auf die Möbel. Dann hat der Clown auf den Nadel-Playboy-Kalender drauf gepisst. Den Kuchen haben sie an die Wand geworfen. Du konntest dir das zeigen? Ja, das haben wir ein bisschen verpickelt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, übrigens, bevor ihr die angezogen habt, habe ich in eure Masken gefurzt. Da war die Stimme nochmal richtig. Die mussten ja auch irgendwie dieses Image spielen. Die waren ja irgendwie gerade neu. Wir müssen jetzt irgendwie hier, die Bad Boys. Ich meine, Metal-Bands, die eigentlich immer, die müssen irgendwie dieses Bad-Image spielen. Bloß, wenn die so Masken aufhaben, dann siehst du ja keine Gesichtsausdrücke. Das war ein bisschen... War freaky? War freaky. Ich hatte ein kleines bisschen... Ein kleines bisschen war ich schon... Gab es Security? Nein. Amount Security. Das gibt es von Cannibal Cops. Da wirft jemand eine Plastikflasche auf die Bühne und der Sänger kriegt das so in den Kopf. Und der so... I saw that. Come up here. Come on stage. I kill your father. Then kill your mother. Then make your dead father fuck your dead mom. Don't fucking fuck with me. I'm my own security. This next song is called... Hammer! Smashed! Face! Das ist ein sehr berühmtes Video auf YouTube. Das habe ich dem Slayer-Sänger wiederum gezeigt. Slayer hast du auch getroffen. Du hast auch deine Idole getroffen. Ja, das ist mein Idole Slayer. Und der so guckt sich das ganz drüben an und meint so... You gotta be bigger than that. Also der Plastikflasche am Kopf muss man drüberstehen. Gotta be bigger than that. Gotta be bigger than that. Gotta be bigger than that. Das sage ich jetzt immer, wenn ich mich verprügeln lasse. Warum schlägst du nicht zurück? Gotta be bigger than that. Gotta be bigger than that. Redest du über die Auseinandersetzung mit Azo Schröder, die du hattest? Nein, das ist ein altes Thema. Aber was ich glaube ist, was passiert ist, du hast ja vorhin auch einen Comedian erwähnt. Wir erleben ja gerade auch so einen Antisemitismus in Deutschland, für den der Aze Schröder ziemlich sensibel ist. Der ist ja auch mal vor einer Showa-Überlebenden bei Markus Lanz auf die Knie gegangen. Azo Schröder ist auf die Knie gegangen, vor einer Holocaust-Überlebenden. Ja, in der Sendung. Weiß man nicht, wie ehrlich das war oder wie showig das war oder wie angemessen. Weil ihn das überkommen hat. Die Schuld. Ja, offenbar so. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für ihn, was ich gut finde erstmal. Ist es für mich auch. Also anders. Ich finde, man muss nicht irgendwie, ja, ich glaube, man muss nicht die ganze Zeit als Deutscher, der das ja nicht gemacht hat, sondern nur als Bürger dieses Landes quasi diese Schuld mitverwaltet, immer gebückt gehen und irgendwie am Holocaust-Gedenktag an den üblichen Kranzabwurfstellen auftauchen. Sondern ich glaube, man muss zu Israel stehen, wenn die einen brauchen, wie zum Beispiel jetzt. Es ist ja auch ein bisschen verlogen, irgendwie bei der Gedenktag der Reichspogromnacht macht man den Facebook-Post. Aber wenn es sonst darum geht, irgendwie Solidarität zu zeigen in einem jetzigen Konflikt, wird es weniger gemacht. Nee, dann unterscheiden auf einmal vor allem die Linken immer so ganz haarscharf zwischen Juden und dem Staat Israel. Den es übrigens nur gibt, weil Deutschland den Holocaust veranstaltet hat. Wir waren auf jeden Fall ein großer Katalysator für die Zionismusbewegung. Uns haben die Israel zu verdanken, muss man ja auch mal irgendwo sagen. Und da hört man ja eigentlich ganz wenig im Holocaust-Gedenktag, dass da mal ein Danke kommt. Nein, so und er ist da sehr sensibel und so weiter. Und ich glaube, dass ihm Leute vielleicht auch mit böser Absicht gesteckt haben, das heißt gesteckt haben, reingelogen haben, weil es ist ja nicht so. Also ich hätte mich irgendwo über Juden lustig gemacht oder irgendetwas. Oder ich hätte irgendwo einen Judenwitz erzählt oder ich hätte irgendwo einem jüdischen Mitbürger irgendwie was getan oder irgendwas. Sowas haben sie ihm erzählt. Und dann hat er mich irgendwann gesehen und war besoffen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Motivator. Ich habe das später so ein bisschen zusammengereimt. Das war tatsächlich so ein gewisser Komplott, der mich zum Opfer haben sollte, aber letzten Endes so ein bisschen Atze Schröder und seine Gutgläubigkeit zum Opfer hatte. Das ist tatsächlich, ja, da habe ich gedacht so, wow, gewisse Verschwörungstheorien können wir da in den Sinn. Also das war komplett unprompted, du wusstest gar nicht, was er wollte. Ich wusste gar nicht, was er wollte, der kam völlig unprompted. In der Dallen war das in der Bar, ne? Ja, ja, ich kam so von diesem Let's Dance Training, hatte Roche gerade so ein paar Schritte beigebracht. High Heel Walk, mit Roche hast du gemacht. Ich glaube, ich zeige dir, wie das geht mit den High Heels. Und kannst du dich nochmal anziehen für mich, Roche? Kann ich ein paar behalten? Kann ich mal riechen? Der hat bestimmt schöne Füße. Roche. Roche ist ein sehr schöner Mann. Bestimmt. Und dann kam ich da in die Bar, es gibt ja dieses eine, wenn Thomas Gottschalk ein Hotel wäre, dann... High Heels? Nee, nicht High Heels. Maritim? Ich vergesse, wie es heißt. Das ist Savoy. Savoy, das ist Savoy. Am Dom das. Am Dom. Am Bahnhof. Wenn Thomas Gottschalk ein Hotel wäre. Die besten Tage auf jeden Fall hinter sich, aber immer noch Glamour. Sehr plüschig und RTL liebt. Ja, das stimmt echt. Und da bin ich dann in die Bar rein, da waren alle so und ich wollte ein bisschen Sonja Kirch klar machen und ein bisschen mit ihr flirten und so easy. Und dann kommt der besoffene, alte Ströger, die man auch nicht erkennt. Ohne Perücke? Ohne Perücke und die getönte Brille. Wenn er seinen Fifi nicht aufweist, dann kennst du den nicht. Der hat auch irgendwie so einen adeligen Namen. Der heißt irgendwie Baldur von Durchlaucht oder irgendwie so. Also jedenfalls kam der dann wütend auf mich zu. Er war auch nicht ansprechbar so richtig. Es war ein Missverständnis, das aber glaube ich auf bösen Intrigen beruht. Und ich glaube da hat jemand in einem Schlagabtausch, in einem verbalen Schlagabtausch gegen mich verloren und sich dann im Stile einer Diva an mir gerecht, im Stile einer miesen Hexe hintenrum. Und Atze Schröder wurde zum Handlanger dieser Person letztendlich. Genau, wurde zum Handlanger, hat ihn aufgehetzt. Es war dann aber auch ganz lustig. Aber es ging ja bis vor Gericht. Ja, es war ganz lustig eigentlich. Er durfte sich eine Weile nicht nähern. Ach, er hat dann eine Unterlassungsklage gekriegt. Oder wie heißt das? Ja, ich. Wir haben ihn an seinem Heimatort verklagt. Er kam mit Perücke vor Gericht. Echt? Ja, das haben wir natürlich bemängelt. Musst er sie dann ausziehen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch lange her. Ich habe da auch kein böses Blut oder sowas. Sieht man sich jetzt heute noch? Ja, ja, wir treffen uns gleich noch. Achtung, dass du aus dem Bild nicht rauskriegst. Ich hole schon mal wieder rein ins Bild. Aber bist du, ähm, es war eine lustige Episode. Eine lustige Episode. Aber vermisst du eigentlich, ich meine, du hattest ja mal Zeiten, wo du wahrscheinlich nicht auf die Straße gehen konntest, ohne irgendwie alle so, hey, guck mal hier, Nils Ruf. Das ist immer noch so, dass überall Leute Geld von mir wollen. Deswegen laufst du nun mit Perücken rum. Ich trage als das alte Perücken auf. Aber vermisst du das so ein bisschen? Oder ist das auch schon ein bisschen nervig? Ich meine, zu deinen Hochzeiten mit Late-Night-Show und so, da ist man ja super präsent. Ich finde, es hat beides Vor- und Nachteile. Du kriegst natürlich, du bist in Restaurants, wie hat Harald Schmidt das mal gesagt, die machen eine Rolle rückwärts und so, ne? Also ganz bestimmt war es nicht, aber Rolle vorwärts gab es schon. Andererseits wollen sie im Puff mehr Geld. Alle denken, du hast viel Geld. Sonst plappern wir es aus, dass du hier warst. Genau. Leichteres Erpressung. Aber das war ja bei meinem Image egal. Stimmt. Du hättest ja davon profitiert. Da wäre jetzt niemand geschockt gewesen, wenn du rausgekommen wärst. Bei Kamikaze war es früher so, hey, Nils Ruf, kann ich ein Autogramm haben? Und ich habe so gesagt, verpiss dich. Und dann habe ich gesagt, geil, das ist genau wie im Fernsehen. Ich hätte immer, ich denke immer so, ich fände es geil, so berühmt zu sein, dass die Leute einen irgendwie in Ruhe lassen. Aber wenn ich reinkomme, ich sehe sie so leicht tuscheln. Das findest du gut? Wenn ich ehrlich bin, das macht schon ein ganz nettes Gefühl. Also wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, wenn ich jung wäre, glaube ich würde ich, ich meine heutzutage ist doch das Besondere, dass du nicht im Fernsehen bist, nicht bekannt bist. Anonymität ist ja un... Würdest du den Crow machen? Die Maske? Ja. Ja. Das ist schon ziemlich smart. Irgendwie rich, famous auf der Bühne. Du kriegst die positiven Seiten, kannst aber irgendwie noch ins Atem ist gehen. Ja, und du kannst aber auch irgendjemanden, über den dir einer reingelogen hat, dass der was Antisemitisches gesagt haben soll, kannst du ohne Perücke einfach drauf losgehen. Der weiß gar nicht, wer du bist. Stimmt. Muss man sagen, Atze Schröder, auch schlau. Schlau gemacht, ja. Wie gut der aussieht ohne Perücke. Das ist ein richtig, richtig schöner Mann. Ist das so? Nicht sehr groß? Tiny? Petit? Aber Petit. Hast du ihn schon mal gekriegt? Ist das ein Comedy Hero von dir? Ein deutsches Vorbild? Nee, nee, nee. Ist kein Hero. Ist auf jeden Fall was, wo ich immer vorsichtig geworden bin. Früher habe ich, glaube ich, mehr so mal gelästert oder so über Mario Barth. Was man einfach sagen muss, wenn es einer schafft, anderthalb, zwei Stunden. Man in the microphone, ne? Man in the microphone. Jetzt mal abgesehen davon, ob die Inhalte jetzt mich total überzeugen. Aber wenn du es schaffst, anderthalb Stunden auf der Bühne zu sein und einen Saal zum Kochen zu bringen, dann ist da erstmal Respekt da. Also Olympiastadion, nur du und Mikrofon. Ist auf jeden Fall, da ist ein Talent da. Und das lässt sich nicht so leicht einfach so, ja, das ist Mario Barth. Der kann schon was. Also Adolf Hitler auch. Naja, der hatte auch, der hatte sicherlich auch Talente. Ich glaube, der hatte damals auch das Olympiastadion zum Kochen gebracht. Ja, ich glaube, da war ein bisschen mehr Druck dahinter, wenn ich gelacht hat. Wurde wenig gelacht, ne? Wurde wenig gelacht. Die, die da heute noch lachen. Die lachen. Nee, es gibt doch so eine Rede. Die damals gelacht haben, die lachen heute nicht mehr. Das ist aber Goebbels. Nee, das ist Hitler. Hitler, okay. Und, ja, aber das will ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Nee, ich wollte gerade sagen, Adze Schröder. Komm, du kriegst wieder aufs Maul. Das ist für mich, das ist so Autoren-Comedy. Ich glaube, es ist auch bekannt, dass für ihn Witze geschrieben werden. Ja, ja. So sehr, ich meine, das ist so von den Worten, Satzstrukturen her alles sehr schön und hier noch ein Wortwitz. Wunderschön, die Satzstrukturen von Adze Schröder. Sehr schöne. Da gibt es ja viele Doktorarbeiten auch. Aber es ist jetzt nichts Authentisches, wo ich sagen würde, ah, der Adze erzählt ein bisschen was aus seinem Leben und Dinge, die ihn wirklich auffühlen, beschäftigen, er irgendwie gesehen hat oder erlebt hat. Das ist ja auch eine Kunstfigur, ne? Genau, das ist eine Kunstfigur. Weißt du, ja, deutsche Comedy, haben wir eben kurz drüber geredet, sehr stark ist. Ob Cindy aus Marzahn, Paul Panzer. Ja, auch immer so mit allen merken, jetzt ist es Comedy, ne? Wird es die lustige Perücke, die Ulkzähne rein. Was das hier im Quatsch-Comedy-Club ist, hier kommt der Lehrer, da kommt der Ausbilder, da kommt die Leute. Dazu ein Dialekt. Ja, doch. Genau. Und schreien. Am besten noch der Ausländer spricht mit Dialekt, irgendwie dann Bülentzschelern. Kölsch, immer Kölsch einfach. Ja, das haben sie gehört, ich habe auch immer gesagt, der hat so krummelt. Die Höhner. Ah, herrlich. Das ist auch gut. Hier, wie heißt die Ex von Cerda? Cerda Somoncu? Ja, die Vogue. Ah, Kebekus? Der auch immer, ne? Immer Kölsch, ne? Ist das offiziell bekannt? Ja, dann kommt die Männer, aber jetzt ist sie ja Vogue. Die hat jetzt ein Kind gekriegt, gerade. Ja, von der Monobraue, ne? Ich weiß gar nicht von dem, ich kenne ja einen Mann nicht. Take me tonight. Mit Dings von Supertalent? Ja, ja. Stefan Raab. Alexander Klaabs? Nein. Nee, da habe ich nicht. Caroline Kempkossen mit Eis. Nee, da habe ich nicht. Nein, 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 nein. Stefan Raab hat den entdeckt. Alexander Klaabs. Nein. Ah, Max Mutzke. Max Mutzke. Max Mutzke. Mösen Max. Stimmt, der war für uns beim Eurovision Song Contest. Für uns, ne? Für uns. Damit wir nicht müssen, ne? Danke nochmal, Max. Weil wir hatten eine gute Zeit, wenn du da singen musstest. Danke für den, das waren doch die Zeiten, da waren wir erfolgreich. Da waren wir 18. So keinen Bock gehabt, hat der Max das übernommen. Oh Mann, aber deutsches Fernsehen, du hast gestern, du hast gestern Wetten, das gesehen? Ich habe vier Sekunden gesehen und bin direkt eingepennt. Älz, Thomas, raus, wo war Stadthalle, Böbling, Böbling, oder wo war es? Ja, dass du hier bist. Ich habe nur mitbekommen, dass er Bastian Schweinsteiger, hat er Bastian Schweighöfer genannt. Aus Spaß? Nee. Nein, der ist ja alt. Wie heißt denn nochmal der andere? Schweighöfer heißt mit Vornamen Matthias. Matthias. Der hat ihn Matthias Schweinsteiger genannt. Matthias Schweiger. Matthias Schweinsteiger. Matthias Schweinsteiger. Und Til Schweighöfer. Ist ja auch an seinem Matsch. Und ja, ich hatte mal, also der Gottschalk. Warst du mal bei Wetten, das? Nee. Nee. Aber ich habe mal, ich war mal mit Anke auseinander. Du warst mal mit Anke Engelke zusammen? Erstmal so. Dann waren wir auseinander. Dann gucke ich, dann mache ich das Fernsehen an, läuft, fängt gerade Wetten, das an. Kommt die Alte raus. Und er so, und bist du noch mit dem Verrückten zusammen? Hat er echt gesagt. Ja, und mein Handy so, bieb, 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 Hilfe, Gewebe. Der meinte den Stuckradbarre. Oder irgendeinen von den 500 anderen. Bist du oft mit Stuckradbarre verwechselt? Ja. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich viele Gymnasiastinnen flachgelegt. Die dachten, du hast Stuckradbarre. Ganz ehrlich, bist du der Lyriker? Ja, ich gehe auch auf so Realschulen. Bei Gymnasien erkennen sie mich. Sagen, Stuckradbarre, bewerfen mit Steinen. Aber Realschulen, die haben Respekt. Und da signiere ich dann Deutschbücher für einen Zehner. Per Termin von Stuckradbarre. Bis ich erst mal drauf hatte, wie man den schreibt. Das ist gar nicht so leicht. Ganz ruhig. Aber wir waren kurz bei Wetten. Bei Gottschalk. Gottschalk, du bist eingeschlafen nach vier Sekunden. Und dann zur Baggerwette. Gottschalk hatte doch eine tägliche Show mal hier in Berlin. Dafür ist er aus... Bei RTL, ne? Das ist ja richtig gefilmt. Nein, 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 bei der ARD. Bei ARD. Der hatte eine Länger-Show ganz früher. Der hatte die erste Länger-Show vor Harald Schmidt. Aber der hatte dann wieder eine tägliche Show. Guck mal, rutsch nochmal ein bisschen rüber. Ja, okay. Sorry. Ich bin immer nicht auf diesen Sperma-Fleck hier. Ach so. Jetzt sitze ich mittendrauf. Das Sofa hat in der Corona-Zeit gelitten. Nicht nur das Sofa, ne? Und genau, der kam also wieder nach Berlin. Der kam nach Deutschland zurück. Aus L.A. Aus L.A. Er kam aus L.A. zurück, der Tommy. Und er hat ja einen Adoptivsohn. Und den hat er mitgebracht. Und der war verheiratet mit Brittany. Spears? Nee, Gottschalk. Brittany Gottschalk. Mit einer Brittany. Es gibt mehrere Britannys in Amerika. Mit einer Brittany. Mit einer Brittany. Nicht mit Brittany Spears. Okay. So, und die haben sich geschieden. Und auf einmal tauchte bei mir im Prenzlauer Berg, in meinem Stammcafé, immer so eine Lady auf. Die hatte so Carmo-Leggings an und so. Und hat nur Englisch gesprochen. Das war Brittany Gottschalk. Das war Brittany Gottschalk. Und Brittany Gottschalk war sehr lustig. Und sie hat mich auch mal zum Tee eingeladen. Also die Ex-Schwiegertochter von Thomas Gottschalk. Genau. Aber Thomas kam doch ab und zu bei ihr vorbei. Um Sachen zu wandeln. Und sie hatte ja auch ein Kind. Also seinen Enkel. Ja. Und das war interessant. Die Mutter von Brittany Gottschalk hatte zum Beispiel in Las Vegas auf einem Sender, auf einem Porno-Sender eine Sendung. Ich habe mir auch gedacht, wenn das die Leute wüssten. Die amerikanische Lilo Wanders. Die amerikanische Lilo Wanders war die Ex-Schwiegertochter von unserem Tommy. Das ist die Ex-Schwipp-Schwager von Bushido, ist der Marc Terenzi. Jetzt zusammen mit Verena Kehrt. Die Ex von Oliver Kahn. Und so schließt die Ex von vielen, glaube ich. Die war in München im Pier 1. Ich komme ja aus München so ein bisschen. Und die war im Pier 1 Cocktail-Waitress. 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 Und, ähm. Interesting. Aber jetzt, aber Gottschalk ist auf jeden Fall eine Legende, geht zu Ende. Aber wie für mich. Legende geht zu Ende. Es ist jetzt aber wirklich so, das ist so ein bisschen, wie ich habe gelesen, dieses Jahr fettes Brot hat ein Abschiedskonzert gegeben. So, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. So, Gottschalk hätte jetzt auch nicht das letzte Mal noch Wetten, das machen müssen. Der macht ja nächste Woche schon wieder 100 Jahre Disney, hat er gesagt, auf RTL. Das habe ich früher als Kind. Rammeln, töten, lallen. Die Disney-Filmparade. Die Disney-Filmparade. Hast du gerne gesehen, ne? Habe ich ganz gerne gesehen, ja. Hast du geliebt. Die Disney-Filmparade mit Thomas Gottschalk. Und die macht auch einen Podcast mit Mike Krüger zusammen. Ja, die Supernasen heißt der wahrscheinlich, ne? Der heißt die Supernasen. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Warum nicht nochmal den alten Gag, oder? Alles, alles nochmal. Wir müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Wir hätten einen Starten sollen zusammen im Lockdown, die er auch Supernasen nennen können, ne? Hätten wir auch. Wir haben beide auch ausgeprägte Sinnesorgane im Gesicht. Ja. Aber Sodom… And we put them to bad use. Sodom und Corona hatte auf jeden Fall schon… ein Following. Also ich hab sehr genossen. Ich hab auch einige Folgen gesehen. Und es war… War eine wilde Zeit. Ich war ja auch bei einigen Folgen dabei. So die Special-Folge zur Wahl mit Evil Jared Hasselhoff. Der eine Waffe… Der hatte eine Waffe dabei. Einfach. Der hatte eine Knarre dabei. Der hatte einfach eine Knarre dabei. Das war eine geile Story. Matze, mein Co-Moderator und Regisseur, hat behauptet, er hätte Corona. Im Nachhinein kam raus, dass er einfach eine Karte hatte. Hat er gelogen. Und Corona, ich weiß nicht genau. Und dann hab ich dich gefragt… Hab ich schon Regie gemacht. Ach, du Regie machst? Aber du kamst auch schon so leicht verballert an. Ja. Evil Jared war unser Gast und wir wollten die Wahl in Amerika so ein bisschen live verfolgen. Aber Evil Jared war… Ist das der clean? Der war auf jeden Fall clean. Der hat nicht getrunken und so. Nee, der war der einzige Nüchterne. Das ist auch lustig, oder? Wenn Evil Jared schon der Nüchterne… Der Verrückte… Der am Berechenbeastet ist von dem da rein. So, du warst noch nie an dieser Regie, du wusstest nicht, wie das geht. Wir waren noch nie live und haben es auch vorher nicht ausprobiert. Und beim Live-Gehen ist das Problem… Also, du brauchst eine sehr stabile Leitung. Das sind normale DSR-Leitungen nicht. Das hat schon mal nicht geklappt. Und was passieren kann, ist, dass die Ton und Bild auseinanderlaufen. Ja. Dass das nicht mehr synchron ist. Das ist natürlich auch passiert. Aber, ja, ich habe viel gelernt in dieser Phase. Ich muss nicht wirklich sagen, das war Learning by Doing. Ich war immer in Studios als Redakteur, als Autor, als Moderator. Aber ich habe die Technik ja nicht selbst… Da hast du wirklich alles gemacht, ja. Ja, und ich hatte auch Bock drauf. Aber es war eine Menge, der Ton, das Internet. Ich meine, was eigentlich im Grunde jeder Streamer macht. Das kriegen die alle hin. Ohne die LED-Leuchten. Obwohl, ihr hattet auch viel buntes Licht. Die hat, glaube ich, 500 Lampen. Ja, tatsächlich. Die hat noch einen Hazer. Also, Hazer ist so eine mini, ist so eine leichtere Nebelmaschine. Oh, es war immer viel Nebel. Es war viel Nebel, ja. Weil ich habe, wir haben die mal angemacht, vergesst wieder auszumachen. Die ist durchgelaufen. Das wurde auch immer, ich glaube, jede Aufzeichnung hat, also keine Aufzeichnung vor 1 Uhr nachts. Nee, auch um 3 Uhr morgens. Und manchmal haben wir es dann wieder hingekriegt. Also, wir haben da wirklich ein Fernsehstudium gebaut. Ja, das war toll. Auch mit so einer Kamera, die so gefahren ist und so, ne? Ja, wir hatten eine Krankamera, wir hatten einen Slider. Jeden Scheiß, den es so gab, haben wir bei Amazon bestellt, zusammengenagelt oder hingestellt. Und dann war irgendwie alles fertig. Und wir so, was machen wir denn überhaupt? Worüber reden wir denn eigentlich? Und Matze, ich bin eigentlich zu schüchtern. Und da musste ich ihm versprechen, dass ich keine Witze über ihn mache und so. Und ich so, okay, darf ich wenigstens über deine Mutter reden? Okay, deal. Und ich wollte jetzt ein bisschen, dass es aussieht wie Howard Stern. Slash Matze, Deutsche, Early 80s, Late Night Shows so. Ja. Und immer noch eine Lampe, noch eine Palme, noch ein Gerät. Sah geil aus, hatte auch einen guten Vibe, man hat sich da wohl gefühlt, war so heimisch. Auf jeden Fall. Es war vor allen Dingen so, früher müsste so ein Ü-Wagen kommen. Ja. Da kam wirklich ein Truck und dann hast du da die ganzen Kabel rausgelegt. Und dann konntest du von den Kameras, also wenn du mit einer Kamera eine Live-Show machst oder so, wenn du hier so mit einer Kamera was machst, das ist auch überschaubar. Aber wenn du mit mehreren machst, dann wird es schwierig. Und dann gab es von der Firma Blackmagic irgendwann den ATEM, das ist so ein kleines Regiepult, wo du die Kameras einsteckst und live schalten kannst und dir auch diesen Schnitt danach sparst. Und das machte das möglich. Und today, everyone is a Streamer. Everyone is a Streamer. Aber die wenigsten machen mit Multicam, die meisten haben so eine. Heute auch nur leider. Aber das Bild sieht, mal gucken, sieht heute glaube ich grandios aus. Meinst du? Dank dir, weil du es heute eingestellt hast. Ich habe ein bisschen mehr Licht hier, aber du hast mir auch die ISO eingestellt von 12.000 Kronen. 300. Ich habe gesehen, dass du hier alles auf Auto mehr oder weniger hast, aber ich finde trotzdem, ich habe ja deine Podcasts gesehen, die haben sich gut angehört, die haben sich gut ausgesehen. Was natürlich auch passieren kann, ist, wenn man in den manuellen Modus geht, dass man halt auch viel rumfrickelt. Ich habe viele Sendungen auch gemacht, wo ich dachte, es ist alles toll und am Schluss habe ich es halt verschlimmen. Ich habe auch schon Lehrgeld gezahlt mit, dann war der Ton nicht da und so ein Scheiß. Es kann auch schon, du hast ja auch ziemlich viele potenzielle Fehlerquellen bei so einem Podcast. Ja, wirklich viele. Angefangen beim Gast. Ja, wie ist das so? Natürlich, da fängt es immer an. Es fängt damit an, ist man selber fit, ist man vorbereitet. Ja. Den Gast. Bin ich nie. Du hast wahrscheinlich mehrere Gäste in The Loop, die du gerade anfragst. Habe ich. Ich habe auch schon ziemlich häufig einen Tag vorher oder am gleichen Tag, passt doch nicht. Ja, klar. Häufig. Bezahlt sie ihnen ja auch nichts. Häufig. Mache ich auch manchmal Folgen alleine, wenn dann keiner kommt. Oder zahlst du doch was? Nee, nee, nee. Zahl nichts. Ich habe dir Frühstück heute gemacht. Also gar nichts, oder was? Gar nichts. Null. Oder zahlst du ein bisschen was? Nee, gar nichts. Gar nichts. Null. Oder so ein, aber jetzt so ein Anstands-Honi. Nee, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Also alles wie immer, ja. Es gab ein Croissant. Nee, du hast du mir. Genau, du fragst dann, hey, willst du was trinken, essen, blablabla. Zahlst du ihnen das Taxi oder so, irgendwie hostest die dann ja. Sollst du dich wohlfühlen. Dann machst du die Sendung. Und nach der Sendung musst du die noch schneiden, hochladen, bla. Das ist echt eine Menge Arbeit. Das ist eine Menge Arbeit. Deswegen so viele Props an dich. Appreciate it. Appreciate it. Liken. Liken. Folgen. Folgen. Sharen. Und ich erzähle euch auch noch einen Witz, den ihr euch alle merken könnt am Ende der Sendung. Zum Abschluss. Kommt gleich dran. Ich erinnere mich dran. Wir machen, wir rappen eh gleich. Hey Siri, stellen Timer auf 10 Minuten. Und wenn er, ne? Wenn es kommt. Oder länger? Nö, 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 nö. Eher, eher, eher kürzer. Wir können es auch gleich abrappen. Hey Siri, stellen Timer auf 7 Minuten. Machen wir. Machen wir 7 Minuten. Kannst du mal antiesen. Für die nächste Folge habe ich was geplant. Nehmen wir morgen auf, wir machen so einen kleinen Jahresrückblick. Wir sind zu viert. Oh, wir kommen dann. Und gehen andere Comedians kommen. Andere Comedians? Andere Comedians. Lustige Leute. Und wir gehen einmal durch das Jahr durch und gehen so durch die, jeder Monat so 10 Minuten, die News, was passiert ist. Und dann gehen wir nochmal durch und revisiten das Jahr. Was war für dich der, 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 das, was, was, what stands out? 2023? Wenig Corona. Wenig Corona in diesem Jahr. Ja, komm. Dann hätte ja noch was Besseres sein, oder? Bist du von ein paar Arabern verprügelt worden im Freibad? Ich war nicht im Freibad. Ich war, mein See dieses Jahr war, ich habe ein Stand-Up-Pedalboard seit diesem Jahr. Stand-Up-Comedy-Pedalboard. Ein Stand-Up-Comedy-Pedalboard. Und Stand-Up-Pedalboard ist ein Game Changer, weil du damit, zum Beispiel auf dem Liebnitzsee, kannst du dann ja auf diese Insel fahren und da ist es relativ leer. Ja, also du hast dein eigenes Ufer immer dabei. Stand-Up-Pedalboard ist ein Game Changer. Stand-Up-Comedy-Pedalboard. Stand-Up-Comedy-Pedalboard. Von daher keine, nee, Freibad, ich würde ja nicht ins Freibad gehen, als als ob du ins Freibad gehst. Ganz ehrlich, es gibt ein Freibad in Werding tatsächlich, wie heißt der nochmal, dieser Humboldthain? Humboldthain, ja, da war ich meine Kinder schon mal. Das ist ein sehr schönes Freibad, ich finde das irgendwie geil. So zum Bahnziehen. Und da hat es so eine, genau, ja, ich ziehe die Bahn meistens vorher zu Hause und dann gehe ich ins Freibad. Und dann ins Freibad, ja. Und, ja klar, wir können eine schöne Bahn ziehen und dann ins Freibad. Kenn ich, kenn ich. Und der ist mal ein Kilometer kraul. Und den Kiosk hat aus Scherz mal eine Kunstgaleristin, so eine Reiche, übernommen. Ah, den kenne ich, den Kiosk. Der heißt Toupé. Und dann macht die da so, da können Kinder Podcasts aufnehmen, die stellt da irgendwie Kunst aus und so. Ansonsten ist das aber echt ein lustiges Zusammenspiel aus türkischen, arabischen Familien, Großfamilien, die da rumhängen und Prenzlauer Bergmodis. Ist ja sehr schön. Also die Bäume da hinten auch, die Wiese, da kann sehr schön liegen. Finde ich auch. Humboldthain, ja. Schönes Freibad. Da war, ja, das kann ich empfehlen. Bist du viel am See gewesen, diesen Sommer? Bisschen, bisschen am See. Aber ich war, war ja spät, spät, wir hatten super, super September, war super, ne? August war scheiße. August war scheiße. August war scheiße. Aber für uns als Comedians ist es ja eh egal, wir sind ja eh immer drin. Ich bin froh, jetzt dass es dunkel ist. Ich bin ja eh drin. Gleich geht's. Ja, jetzt hat man immer dieses Schuldgefühl, dass einem die Sonne gibt, wenn sie scheint. Genau, und die Leute. Mach was, ich scheine. Genau. Hast du schon wieder einen Kater? Warum schwitzt du so? Boah, bist du blass. Und das, obwohl ich scheine. Und jetzt, wenn du aufwachst, sonst ist es einfach schon dunkel, ist das auch egal. Ja. Ich habe jetzt auch, früher bin ich im Winter ab und zu auf die Sonnenbank gegangen, wegen, habe ich mal gesagt, wegen Vitamin D gegen die Depression, aber das geht natürlich darum, dass ich nicht so blass bin. Gibt es Sonnenbank, Vitamin D? Ja. Okay. Genau wie Sonne. Aber man kann auch Säubstbräuner nehmen. Aber ist auch super ungesund, ne, Sonnenbrand? Genau, deswegen habe ich jetzt so einen, ich habe Säubstbräuner entdeckt. Mit dem reibe ich, muss ich ja alle paar Tage mit einreiben, dann hast du so einen leichten, oder ich habe so einen leichten Tarn. Deinen leichten Tarn. Normalerweise würde ich aussehen wie, wirklich wie Magenkrebs. Wir haben uns auch nicht abgepudert diesmal, das heißt, wir könnten leicht speckig sein, aber ich habe immer noch eine fettigere Haut als du. Das ist aber gut, so eine schöne, die hält jung, nicht so viel Falten. So eine fettige Mischhaut. Wir haben beide nicht so, wir haben beide Glück gehabt in Bezug auf Falten, ne? Findest du, du hast Glück gehabt? Ich finde, ich habe Glück gehabt. Ich finde, es gibt manchmal so Leute, Schlupflieder, Falten, Glück gehabt. Nee, ich glaube, wir haben beide noch volles Haar. Würdest du Plax machen? Was sind Plax? So die Istanbul-Hairlines einmal. Wenn sie mir ausgehen würden und es ginge, um das umzutopfen, wäre ich das voll okay. In Istanbul am Flughafen. Du lässt sich auch die Zähne machen, wenn die scheiße werden, oder? Ja, total. Also ich finde jetzt, sich die Lippen aufspritzen lassen als Heteroman schwierig. Aber manche haben ja auch so ein Stück Kinn, das hier so rumhängt. Hast du irgendwas operieren lassen an dir? Nicht operieren, ich habe meine Augen dann lasern lassen. Und ich habe auch schon mal Botox, das ist aber lange her, und zwar habe ich eine Late-Night-Show gemacht und hatte so einen Boxer zu Gast und habe seinen Gürtel genommen und hochgehalten. Und ich habe durch meinen blieschen Anzug, durch diese Schweißflecken gehabt, wie Andreas Türke Denkteller. Und dann habe ich mir am nächsten Tag, habe ich mir da Botox reingehagen lassen. In die, in die, äh... Ja, dann schwitzt du da nicht mehr. Dann schwitzt du da nicht mehr. Ah, okay. Du kannst nicht mehr in deinen T-Shirts riechen, ob du diese schon getragen hast. Du musst es an den Essensflecken rausfinden. Andreas Türk, wie du das gerade sagst, der ja auch seine Karriere verloren hat, weil er des sexuellen Übergriffs beschuldigt wurde, ne? Weiterer Mann, der von verlogenen Frauen das Rückgrat gebrochen bekommen hat. Ich habe hier schon so drei, vier Themen bereut, die ich aufgemacht habe. Hallo, wir können hier ein bisschen Witze machen, oder? Wir sind unter uns, natürlich. Wir sind doch unter uns. Wie viele Leute hören das hier? Also die guten Folgen haben so 5.000 bis 7.000. Oh, wow. Auf Spotify und YouTube ist total, manche Folgen haben 300. Und die Folge mit Ben Bernschneider, kennst du den? Na klar. Mit dem habe ich, ich hatte ja eine Freundin im Hamburg im Lockdown und wir haben uns öfter getroffen, Ben und ich. Wir kennen ihn schon länger. Ah, mit dem habe ich die, das war so ein bisschen Durchbruch für meinen Podcast, weil die sechste, siebte Folge habe ich mit ihm gemacht. Ja. Und der hatte richtig Hype gerade. Ja, ja, der ist ja von 20.000 oder 10.000. Auf 400. Bei Instagram ist der auf 400, ne, mit seinen Modevideos. Ihr Lieben, heute kombinieren wir eine Krawatte mit einer Unterhose. Mein heutiges Staple-Piece. Mein heutiges Staple-Piece? Schuhe. Ist Feingriff. Feingriff mit Innenangriff. Ja, macht ja eigentlich so diesen Old Money Clubhouse-Look, ne? Aber die Folge mit ihm auf YouTube hat 15.000, ohne irgendeinem Zutun. Bam. Weil er, ich glaube auch, wenn du dann Bernd Berndschneider auf YouTube gesucht hast, eine Zeit lang war er mein Podcast an. Ja, er macht auf YouTube ja nicht so viel, ne? Nee. Also Burger testen, Burger testen und Heike-Krawatten tragen. Aber ich meine, er erzählt auch immer lustige Geschichten. Was ich sagen muss, er hat wirklich ohne Blatt vom Mund einfach frei rausgeredet, seine Meinung. Vielleicht ändert sich das auch ein bisschen. Er hat auch ein Management und so, weiß ich nicht, ob er immer noch so. Ich freue mich total, weil er war ja früher so ein Fernsehproduzent oder Producer oder so. Er hat Drehbücher geschrieben auch, ne? Ich glaube, ja. Dann hat er Fotograf gemacht und hatte auf beides nicht mehr so richtig Bock. Das war mal ganz süß. Wir haben uns zwei, dreimal getroffen und dann hat er so gesagt, oh, jetzt muss ich los. Weil jeden Tag um dieselbe Zeit hat er im Lockdown seiner Freundin einen Cocktail gemixt. Seine Frau. Seine Frau, ja. Die sind sehr, sehr, sehr eng. Ja. Und obwohl sie Schauspielerin ist, wirkt sie in den Videos immer so ein bisschen, wenn die Kamera auf sie fällt, so schächtern. Schüchtern, ja. Henrike. Henrike. Ja, aber nee, es ist wirklich süß und es freut mich total, dass der so einen Erfolg damit hat. Man merkt aber auch, dass Männer in Deutschland so ein Bedürfnis haben nach Role Models. Role Models und Style Tipps, ne? Ja, total. Und er hat ja wirklich auch Ahnung. Er hat Ahnung. Er hat Ahnung. Wenn er was kann. Fehlt uns jetzt die Zeit so, aber Mode ist ja für dich auch ein wichtiges Thema, was mir so ein bisschen abgeht. Aber Mode ist schon auch ein großes Interesse von dir. Immer gewesen. Findest du? Ich dachte, du hättest das auch schon mal gesagt von dir. Ich finde, du bist immer sehr, sehr stylisch. Ach, danke schön. Aber das sieht nur von unten so aus. Nein, vielen Dank. Aber ich finde, du hast, was ja sehr männlich ist, man merkt einfach, dass dich das nicht interessiert. Das finde ich einfach schon mal männlich. Serdar Somuncu zum Beispiel, der schafft es, was ja eigentlich als unmöglich gilt, dass du dich nämlich anziehst, ohne dass deine Kleidung eine Aussage hat. Und das ist bei ihm so, weil er wirklich aussieht, als hätte er sich im Dunkeln angezogen. Das ist vollkommen zufällig. Komplett random. Ein bisschen Gedanken mache ich mir schon. Ja, ja, genau. Dann ist es schon irgendwie, genau. Ist ja bei einem Fall nicht so wichtig. Was ja auch für eine coole Aussage ist. Aber bei ihm ist einfach, es ist keine Aussage mehr da. Es ist wirklich, als hätte er so, greife in den Sack, hole da was raus, der da hinten aus dem Publikum wirft was rüber. Und das vermissen ja auch viele Leute. Ihr habt ja auch eine Zeit lang einen Podcast zusammen gemacht. Ja. Fand ich auch ein geiles Konzept, auch teilweise im Restaurant oder an einem öffentlichen Ort irgendwo zusammen gepodcastet. Das war die Idee, dass wir, der hat ja so viel mit Hitler gemacht, mit den Aus meinem Kampf vorgelesen, ne? Genau, über tausendmal als Türke. Tausendmal? Alle dachten nur so als Türke, aber es wäre eigentlich nur, eigentlich wäre das Konzept ja viel krasser, wenn es als Jude wäre. Und er, ich wollte das Tischgespräche nennen, weil es gibt ein berühmtes Buch, da hat jemand, der immer mit Hitler zu Abend gegessen hat, hat heimlich Notizen gemacht und dann später berichtet in einem Buch, über was Hitler sich so erteilt hat. Und ich dachte, er würde die Referenz verstehen, der Serdar sofort, weil er alle Hitlerbücher kennt, aber das kannte er nicht. So hieß das dann Tischgespräche und irgendwie habe ich es ihm auch nie erzählt. Ja, genau. Eigentlich war der Plan, dass wir immer in Restaurants gehen. Es war so eine lose Folge, ne? Wir haben uns da ja auch ganz schön in die Haare gekommen. Ging das mit den Background-Noise? Zu Anfang gar nicht, weil ich habe so ein Aufnahmegerät gekauft und einfach auf den Tisch gestellt und du hast hauptsächlich das Besteck gehört. Das ist die erste Folge. Gibt es bei YouTube? Ich glaube, das habe ich mal gehört. Ich kann mich daran erinnern. Das war bei den Asiaten, war das, ne? Bei den Vietnamesen oder sowas? Das war in der Schützenstraße bei Entre Côte. Ah, ja, das kenne ich. Ja, klassisches Restaurant. Ja, französisches Restaurant. Wie heißt es nochmal, wenn man ein ganzes Rinderfilet hat auf Französisch? Chateaubriand. Chateaubriand haben wir da gehört. Chateaubriand. Wenn es Kölsch ausspricht. Chateaubriand mit der Pomme à l'Omette. Pomme à l'Omette. Gehen wir da mal hin? Kann man machen. Habe ich mir das jetzt hier verdient, Leute? Wir gehen mal. Ich teile es auch, okay? Sehr gut. We split the bill. We split the bill. Wir gehen mal ins ... Ja, eigentlich split the bill ist ziemlich deutsch. Ist schon lame, oder? Wine me, dine me, 69 me. We take turns ins Entre Côte. Da war ich einmal. Im Entre Côte war ich einmal. Machen wir eine große Hafenrundfahrt? Wirst du ein bisschen rückverlässig, wieder ein Stückchen Wein? Komm. Wir können auch ein Taxi zurücknehmen. Nein, kein Wein. I don't trust me. I don't trust myself. I don't trust myself. I trust you. Das ist schön, dass es einer macht. I trust you. Wenn schon meine Eltern nicht. Nils ruft, trust me. So ein Siegel. Trust it. Vielleicht für den Podcast. Trust it bei Nils. Trust it bei Nils. Intel Inside. Nils Inside. Incel Inside. Incess Inside. Mir ist kürzlich, das habe ich dir gerade schon erzählt, aber ich möchte es auch hier von deinen Zuhörern nochmal wiederholen. Ich habe mit einer schwarzen Frau telefoniert und bin da auf einen guten Spruch gekommen für uns Weiße, dass das Verhältnis von uns Weißen zu den Schwarzen beschreibt. From Owning to Owning. Wie hat sie darauf reagiert? Sie fand es mega. Sie fand es gut? Sie hat mir erst zurückgespiegelt, wie großartig das ist. Das ist ein super Play on Word. From Owning to Owning. Früher haben wir uns gehört. Heute schulden wir uns. Aber wobei hier schon teuerlich. Hattest du selber Sklaven? Du hast doch... Ich bin ja alt genug. Um noch 150 Jahre lang im Süden unter der Confederate Flag hast du ja gekämpft gegen General Washington. Ja, man muss ja sagen, die Weißen, also die Schwarzen haben die Sklavare erfunden in Afrika. In Afrika, ja. Und die Weißen haben sie beendet in Amerika. Das muss man sagen. Und die haben sich gegenseitig... Die haben einen Krieg gegeneinander geführt. Das ist ja nicht so, dass... Ob es cool ist, Sklaven zu halten oder nicht. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Schwarzen irgendwann aufgestanden sind und gesagt haben, wir wehren uns. Und hätten das dann irgendwie geschafft oder so. Wäre natürlich eine schönere Story für sie. So war es leider nicht. Die Weißen haben es beendet. Sklavare geführt, weil sie sich unheilig waren zum Thema Sklaverei. Und die richtige Seite hat gewonnen. Nee, nee, nee. Sklaverei war verboten danach. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Willst du noch deinen Witz zum Abschluss erzählen? Wir gehen übrigens gleich noch auf Comedy-Tour, oder? Wir gehen gleich auf Comedy-Tour. Ich muss noch mal, wie viel Uhr haben wir? 17 Uhr, das passt noch. 17 Uhr, das passt noch. Wir gehen gleich los. Wir gehen auf zwei Comedy-Shows. Einmal in Kreuzberg und dann einmal in Moabit. Expert. Heute ist richtig so Dirty-Comedy-Bars. Oh, geil. Da gehen wir hin. Da habe ich zwei kleine Shows heute noch. Einmal 15, vielleicht einmal 10 Minuten. Kreuzberg, da ist doch die Mercedes-Benz Arena. Was hast du da heute mit mir vor? Warst du mal auf einer Comedy-Show in der Mercedes-Benz Arena? Ja, Louis C.K. Ah, ja. Dritte Reihe. Vor zwei Jahren da? Dritte Reihe, ja. Ganz vorne. War gut? War super, aber ich meine, der hat wirklich in Berlin kommen. Über 10.000 Leute in so einem Puff da und hören sich das Zeug auf Englisch an. Das ist krass. Der Typ gibt nicht eine Zugabe. Nicht eine Zugabe und auch nicht, hat auch nicht geredet, so hey Berlin, what's up, what's up. Bill Burr hat das so ein bisschen gemacht. Ich habe eine Döner heute gegeistert, war geil und so nichts. Nichts. Ich gehe bergheil. Hat nicht den Kenny West gemacht, sondern sich an Mustafas Gemüsekebhab angestellt. Ey, auf der Bank, ne? Wo die dann gegessen haben. Da will ich ein Date haben. Wollen wir da zusammen hin? Guck mal, wir haben beide mit Frauen. Wir haben nicht so ein Draht, den meisten dürfen uns nicht mehr nähern und so weiter. Müssen wir jetzt hier nicht ausrollen. Wollen wir da zusammen Gemüse-Döner essen? Ich habe noch nie Mustafas Gemüsekebhab gegessen. Dann machen wir es so. Ich gebe dir Mustafas Gemüse-Döner aus, du lädst mich in unsere Code ein. Das ist fair. Und dann machen wir ein Foto. Machen wir eine Insta-Story. Du bist ja, ich habe ja gesehen in deinen Stories, du bist ja hier Start-up-Millionär. Ja, aber du warst ja, du weißt ja wie das ist mit Millionär sein. Du warst ja auch mal Millionär. Während ich oben mich um deine Freundin gekümmert habe, hast du unten die Millionen gescheffelt. Geld ist vergänglich. Geld ist vergänglich. Schönheit bleibt. Schönheit bleibt. Die wahre Schönheit von innen. Willst du noch deinen Witz erzählen zum Schluss? Hast du auch einen ganz kurzen Witz, den du so raushauen kannst? Ja. Ich würde halt den rezitieren von einem Comedian. Soll dein Witz die Vorgruppe sein oder meiner? Du kriegst den Abschluss. Du kriegst den Köder in den Abschluss. Wirklich? Ja. Ich hoffe, deiner haut jetzt meinen nicht so völlig raus. Ich erzähle ihn auf Englisch, weil das Original auf Englisch ist. Witz ist von Jimmy Carr. Whenever I'm at a party, people ask me, what does your girlfriend do? I say, anything but anal. I'm kidding. She loves it. Great. Hier gibt es doch, hier sind so so Tasten. Hier, das war. Der ist auch nicht schlecht. Meiner ist so, viele Leute sagen, ich kann mir keine Witze merken. Und ich finde, jeder Mensch muss ein Gericht kochen können. So gewisse Skills. Und ich finde, man muss auch einen Witz können. Und der hier, der ist wirklich kurz und knackig. Den könnt ihr euch alle merken. Der ist ein bisschen auch edgy. So ein bisschen hohoho, aber auch nicht zu schlimm. Was hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull, der vom Spielplatz kommt. Ja, vielen Dank. Sehr gut. Weil das Wichtigste, weißt du, was das Wichtigste an Comedy ist? Timing. Ja, ich komme immer zu spät. Du warst heute sehr pünktlich. Ja, ne? Ja, es ist besser geworden. Sehr vorbildlich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn du nächstes Mal wiederkommst, erzählst du, was du so in der Pipeline hast. Ja, mache ich. Reden wir darüber. Man hat Lust auf mehr gemacht. Ansonsten, Blumenhol folgt mir. Folgt Nils. Name ist übrigens eine Eins. Blumenhol? Ja. Sag ich dir nachher. Blumenhol. Danke dafür. Und irgendwas mit meinem Namen. Irgendwas mit meinem Namen. Es hat auch Hohlraum. Hohlraum gab es ja vorher schon. Hohlrabi. Ja, genau. Hohlrabi? Hohlrabi, aber irgendwas mit Rabi im Namen. Aber nur Hohl. Hohl. Total Hohl. Voll Hohl. Voll Hohl. Blumenhol heißt es. Blumenhol. Nächste Woche gibt es den großen Blumenhol-Jahresrückblick. Auf den freut sich ja schon ganz Deutschland. Ganz Deutschland. Noch vor Günther Jauch kommt der raus. Günther Jauche. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao. Gerne.